In diesem Video geht es um das Leben und Wirken Wladimir Ilyich Lenins. Ich erkläre dir seine politische Entwicklung vom Studium bis zur Führung der Bolschewiki. Außerdem erhältste Informationen über Lenins Rolle in der Oktoberrevolution und die Gründung der Sowjetunion. Wladimir Ilyich Lenin wurde 1870 in Simbirsk in Russland geboren. Sein Vater war ein Lehrer und seine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Er hatte eine gute Schulbildung und zeigte schon früh Interesse an politischen Fragen. Mit 17 Jahren änderte sich sein Leben dramatisch, als sein älterer Bruder hingerichtet wurde, weil er an einem Attentat gegen den Zaren beteiligt war. Lenin studierte Jura an der Universität, aber seine wahre Leidenschaft galt der Politik. Er schloss sich radikalen Gruppen an und begann marxistische Literatur zu lesen. Bald wurde er wegen seiner politischen Aktivitäten verhaftet und ins Exil geschickt. Im Exil vertiefte er seine marxistischen Studien. 1903 fand ein wichtiger Kongress der russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei statt. Bei diesem Kongress spaltete sich die Partei in zwei Fraktionen, die Bolschewiki und die Mensheviki. Lenin wurde der Anführer der Bolschewiki, die eine radikale Veränderung der russischen Gesellschaft anstrebten. Während des Ersten Weltkriegs war Lenin im Exil in der Schweiz. Er war gegen den Krieg und glaubte, dass er die Arbeiterklasse ausnutzte. Lenin sah den Krieg als eine Gelegenheit, um eine sozialistische Revolution in Russland zu starten. Im Jahr 1917 kehrte Lenin mit Hilfe der deutschen Regierung nach Russland zurück. Er leitete die Oktoberrevolution, bei der die Bolschewiki die Macht übernahmen. Dies war der Beginn der kommunistischen Herrschaft in Russland. Nach der Revolution arbeitete Lenin an der Gründung der Sowjetunion und der Einführung des Kommunismus. Er legte die Grundlagen für einen Einparteienstaat und die Kollektivierung der Landwirtschaft. Diese Veränderungen stießen jedoch auf viel Widerstand. Lenin führte mehrere Reformen ein, um die Wirtschaft zu stabilisieren und den Widerstand gegen die kommunistische Regierung zu minimieren. Dazu gehörte die neue ökonomische Politik, die einige kapitalistische Elemente zuließ, um die Wirtschaft anzukurbeln. Lenins Gesundheit verschlechterte sich zunehmend ab 1922. Er erlitt mehrere Schlaganfälle und konnte seine politischen Aktivitäten nicht mehr voll ausüben. Er starb im Jahr 1924 und sein Tod führte zu einem Machtkampf in der kommunistischen Partei. Lenin bleibt eine der kontroversesten Figuren des 20. Jahrhunderts. Seine Ideen und Taten haben die Geschichte Russlands und der Welt tiefgreifend beeinflusst. Obwohl seine Methoden oft kritisiert werden, ist sein Einfluss auf die Entwicklung des Kommunismus und der Sowjetunion unbestreitbar. Kürzlyk Vielen Dank.